Hallo, herzlich willkommen bei Martina Meets, hier sind wir wieder mal und diesmal mit dem Drammer von Motorhead. Das ist mein Hauptsitzender, weil ich gehört, dass du in den Jungen bist. Du hast das in Schweden gemacht und du bist in Malaysia zu sein. Wie war das? Ich bin in Tamanigara, das der größte Reinhardt auf der Welt. Es war unglaublich. Ich bin sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich glaube nicht, dass ich es wieder mache. Warum nicht? Ich wollte es versuchen, wie ich kann in den Jungen leben, das war toll. Aber es ist eine Erfahrung, das ist genug. Was machst du jetzt? Du machst es in deinem Nose? Nein, in deinem Lippen. Okay, I'm sorry. Instead of cigarettes. You must have seen that. Are you a former smoker? No, no, no. In Sweden, 9 out of 10 guys do this instead of cigarettes. Only girls. But you know that looks funny, you know that. Ah, that's okay. I was scaring away the animals when I put that in. They got scared of me. Hi there boys and girls, dogs and cats, snakes and spiders. This is the jungle drummer Mickey D. I'd just like to say hi. You're watching the Cologne News Journal and you know stay tuned to this program. You're going to hear a lot of fun interviewing and a lot of good and bad stuff happening. Mostly good. So stay tuned. But I'm also a drummer in Motorhead, if you didn't know. Not only Tarzan, you know. So I'll see you later. I'll see you later. I'll see you later. Bye. 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 Bye.